dann 3, 2, 1, Energie. Reinklick, jetzt gehts los! Ja die Fenrich Facepalm dahinten, was macht die eigentlich die ganze Zeit? Facepalm? Ja, die holt sie die ganze Zeit so den Kopf. Ich kann das aber auch abfeuern, ich kann das auch machen. Natürlich wird nichts gefeuert. Maximal die Crew. Das ist zu nah, das ist zu nah, das ist zu nah, das ist zu nah. Wo soll ich denn helfen lernen? Ich kann sie auch vergrüßen, Kenny. Geh schenken sie mir Brünen bitte. Wenn ich sie einklicke, wird das eigentlich auf ihr Interface übertragen? Nein leider nicht. Ich hab jetzt nicht aufgepasst. Das ist Nebel. Ich weiß, da mag ich aber doch nicht hier. Dafür haben wir den Peitschenraum. Seit wann gibt's denn den? Frisch eingeführt, seit dem letztes Mal irgend so nen Depp nen Torpedo abgefeuert hat und das halbe Schäfe in die Luft gehakt hat. Der sitzt voll entspannt da, der Käpt'n. Schaut euch das an. Feuer die Sonne ab. Jo, Feuer. Ähm. 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 Guten Tag. Schön euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Höhööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Versuchen wir es jetzt nochmal. Wieder mit dabei, der Walvorik. Servus und Hallo. Direkt Auge in Auge, der Toni. Hallo. Und zu meiner Rechten, Captain Anaholic. Guten Tag. Alles klar? Da muss ich nochmal, glaube ich, den Anno ein bisschen leiser stellen. Annos neue Rolle. Ach ja, ich bin hier rausgeflogen. Warte mal, wo ist denn hier Walvor da? Ist das Hühnchen? Die Rollen bleiben so verteilt wie bei unserem Prolog auch, der so erfolgreich war. Anno, der Captain, den Steuermann werde ich übernehmen. Walvor spielt, oje, mit den Fälsern und so weiter. Und unser Chefingenieur wird der Toni, der Einzige, der hier tatsächlich einen Überblick hat. Er ist eigentlich unser heimlicher Captain, aber naja. Psst, Meuterei. Braucht ja einen, der sich auskippt. Stimmt, wo ist eigentlich der Button für Meuterei? Ey, echter Captain, sag uns mal, was die tun sollen. Ey, Captain, nichts gegen Sie, nichts gegen Sie, aber... Na 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 na. Na na na. Na na, na gut. Entlass ich mich aber an vorne. Wann können wir eigentlich auf das Original, auf die Original Enterprise? Geht das gar nicht oder muss man da irgendwie was durchspielen? Ja, das geht in den fortlaufenden Reisen. Also die Kampagnenmission müssen wir mit der Aegis machen. Okay. Und danach können wir die Original Enterprise machen, nehmen. Okay. Und dann müssen wir, glaub ich, noch ein bisschen vertrauter werden mit unserer Station. Ach, was. Cool, seid ihr bereit? Jawohl, Captain. Natürlich. Ich bin ja nicht. Computer-Logbuch Sternzeit 2258,193. Wir haben möglicherweise eine Welt für die Umsiedlung der Vulkania entdeckt. Der regierende Siedlungsrat im Graben hat uns die Erlaubnis erteilt, Silver 4 und sein Heimatsystem zu erforschen. Unter der Bedingung, dass wir alle Ergebnisse mit dem Rat teilen. Wir werden vom Forschungsschiff USS Huxley begleitet. Das ist unsere erste Reise in die unbewohnten Regionen des Grabens. Huxley? Ja, Huxley können ja noch fräsen. Ich bringe Sie auf den Schirm. Captain, wie ich höre, sind Sie im Begriff aufzubrechen. Bevor Sie ablegen, wollte ich Sie daran erinnern, dass Sie die gesamte Föderation der Vereinten Planeten dort draußen repräsentieren. Ich verlasse mich darauf, dass Sie unsere Ideale in höchstem Maße vertreten. Aber, Captain, Sie haben das Vertrauen des Sternenflottenkommandos. Viel Glück für Sie und Ihre Crew. Wir werden alle sterben. Captain, die werden Glück brauchen. Die Huxley? Danke, Enzen, Facepalm. Aegis, hier spricht Captain Uckwo von der USS Huxley. Systemchecks abgeschlossen. Wir können los. Wir folgen Ihnen, sobald Sie startbereit sind. Die Huxley folgt uns. Wo dürfen wir hin? Die Huxley ist das Schiff direkt vor uns. Ja. Ja. Äh, was wie die Kelvin. Ist voll geil übrigens, unser Schiff ist wieder wie neu. Ja, wir sind einmal durch die Waschanlage und durch die... Wir haben ein Repaint bekommen. Sogar, sogar unser Lüfter rechts ist wieder drin. Schau doch, die Lüftungsanlage ist wieder ganz... Die haben den Kaffeebecher unter dem Monitor weggemacht. Du mit dem Kaffeebecher. Ja, pfff. So... Captain, Sie haben vorher irgendwas gesagt von einem Scan. Wie mache ich denn das? Genau. Sie wählen jetzt einfach mal irgendeines an. Hier die Raumstation oder die Huxley vor uns. Ich suche jetzt die ganze Zeit für 8er Beta. Ja, hops. Genau. Und dann haben Sie oberhalb Ihres Scanbuttons sehen Sie, was Sie da alles scannen können. Lebenszeichen, Antriebe und so weiter. Und links davon können Sie das Subsystem anvisieren und dann klicken Sie auf Scannen. Wartens, da habe ich Waffenschilde und Antriebe bei 100%. Jo, und dann... Und dann... Ich weiß nicht, ob das Scan schon durch ist, oder? Wenn das Scan durch ist, kann man dann auf den Systemzugriff gehen, den kleinen Monitor links. Und wählt dann quasi das Schiff aus, das man ausgesucht hat. Und da kann man dann jeweils die Systeme stören. Captain, Captain, doch fliegt ein riesen Kakerlaken vom Monitor her. Guck mal. Ja, ich habe es auch schon gesehen, aber ich kann es nicht anvisieren. Ich weiß auch nicht so recht, ob dort sein will. Vorher! Das ist eine Wartungssphäre, Captain. Sie bitte nicht abschießen. Ich glaube, da kriegt man ja gerne. Dann sollen Sie doch warten und nicht von uns her fliehen. Wie ist Blöde nur da? Wir haben Energieverlust. Könnten Sie das prüfen? Wir haben Energieverlust. Jetzt ist es schön hier. In 20 Minuten schaut es hier ganz anders aus. Schnitt Krankenwagen. Captain Kenny. Erwartenbefehle, Captain. Ja, der kommt gleich. Notent Velva haben Sie Ihren Scan erfolgreich durchgeführt. Jojo, ist alles, wir haben alles gescannt. Haben alles gescannt? Dies ist wunderbar. Ähm, dann lautet, liebe Crew, unsere Mission eigentlich... Feuer! Nicht feuern! Ich habe ihn schon einen Direktivfuß. Ja, weg. Wunderbar. 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 Ich bin schon geladen. Ja. Ja, Sir. Ausgerichtet, Captain. Wunderbar macht einen Dubstep Kopfnecker hier. Jo. Bereit Cap zum Sprungaufruhr? Okay. Dann 3, 2, 1, Energie. Reiklegt. Jetzt gehts los. Ich bin an. Wo ist die Schehe? Cap, wo ist denn da los? Das ist der Mikalina da und der Pause. Ich erkenne die Signatur nicht. Ich empfehle, einen davon aktiv zu scannen. Jo, dann mach mal das. So ein Schiff ausrichtet, aber nicht näher an erster Mal. Das ist so glücklich. Volle Karne, Kenny. Das ist so glücklich. Das ist so glücklich. So, ja. Und was jetzt? Da ist die Haxe. Da ist es kaputt. Was nicht? Was nicht? Halten Sie sich fern von diesen Störungen. Eine ist explodiert, als wir uns genähert haben. Der Schaden ist gering, aber das sollte sich nicht wiederholen. Okay. Uten Salva, aktivieren die Schilde, aktivieren. Ich bin... Ich bin da geöffnet. Ich fühle mich unterwandert. Meuterei. Jo, also die Schilde ist halt aktiviert. Das ist wunderbar. Wir warten nur noch, bis die Folge laden ist. Das dauert ja immer ein paar Sekunden. Nein, ich scho. Ich scho. Ich scho. Passt scho. Schilde 100%. Okay. Genau. Ihre Befehler, Käpt'n. Was sagen Sie jetzt? Darf ihr endlich was feuern? Schau. Noch nicht. Okay. Ich prob schon der bösen Fing'r. Ja. Nähern Sie sich dem Planeten Silber 4. Das stimmt mit Impuls, ha? Ja. Ha. Mori, Käpt'n. Los geht's. Wir sollten das durch einen eigenen Scan bestätigen. Jo, jo. Ich scanne ja ich. Wo ist? Das sind Steine. Wo kommt denn die auf einmal her? Oh, wie gut gebringst, gell? Ja. Ja. Gerade so rechts. Hier. Oh. Oh. Ja. Ich hoffe, er hat Sonder abgeschossen. Hehe. Ich bin gut, gell? Interessant. Ich krieg hier noch ein Herz ins Fall. Ja. Hier könnte in der Vergangenheit bewohnbar gewesen sein. Aber das hat sich dramatisch verändert. Eine Nachricht von Käpt'n Ukwu. Ukwu. Ich pack mal Käpt'n Ukwu auf den Schirm. Käpt'n. Mein Wissenschaftler-Team führt planetarische Tiefenscans auf Silver 4 durch. Es wird eine Weile dauern. Sie könnten inzwischen die verbleibenden Gebiete untersuchen. Dann sollten wir bei Ihrer Rückkehr fertig sein. Okay. Wir haben neulich und zu. bei Ihnen so Tiefenscans machen. Hehehehehe. Oh Mann. Hehehe. Ähm. Lieutenant Annie. Wir müssen einen neuen Standort anwählen. Und zwar den toten Planeten im Asteroidenfeld. Ei, ei, Käpt'n. Boah, drückst du mal auf die Leertaste. Das schaut voll geil aus. Toleranzbereich. Wahnsinn. Die Lobby-Kappensamt, ne. Nein. Der Sumpte ist am besten, wenn all das explodiert. Hehehe. 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 Du bist viel mehr Hex schon. Ich bin ausgerichtet. Ich glaube, sie haben die Sonne vorhin gemacht. Nochmal brauche ich das nicht. Hehehehe. Feuer. Ja. Wunderbar. Dann volle Kraft voraus. Impulsantrieb ist oben macht. Es gehen los. Da 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 da. Uhuhu yeah 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 uhuhuhu. Wo bin ich? Da. Hallo. Hallo. Juhu. 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 Ja die Fenrich Facepalm dahinten, was macht die eigentlich die ganze Zeit? Ich gehe Facepalm? Ja, die heilt sich die ganze Zeit so den Kopf. Die sollen einen Bericht über uns schreiben, also streng doch nicht. Da schauen sie, da schauen sie, da hat sie schon wieder. Ich glaube die empfängt wird. Ja, ich glaube ja. Das ist zu schwach zum Entschlüsseln. Die du mal scannen. Okay. Lieutenant Valva, können Sie bestätigen, dass die Schutzschilder noch aktiv sind oder wurden die beim Warp deaktiviert? Das ist alles, das passt schon. Das passt schon, okay. Dann, ähm, Quelle des Notrufs finden und scannen. Das ist wahrscheinlich, ähm... Ich glaube unser Schiff wird die Anomalie-Effekte problemlos absorbieren, Captain. Ist fertig gescannt. Das sind aber rote Punkte, soll ich da draufballern? Dann versuchen wir das Schiff zu beschädigen. Ich sende neue Daten auf ihre Konsole, Captain. Der Sturm versteht sich, Captain. Ich glaube die Signalquelle sind 47,6 Kilometer. Ja, ich habe die auch gerade gefunden. Ich würde sagen, können Sie uns vielleicht um diese Anomalien links außen herum fliegen, dass wir vielleicht nicht durch müssen? Dürfen wir auch rechts versuchen? Können Sie auch rechts, aber da ist der Weg, glaube ich, länger. Ich glaube, da käme dieser Angsthase. Ich habe da so meine Erfahrung mit dieser Erstlings-Crew. Ja, das ist, das ist ein gemütlicher Kuss. Ich kann es aber auch abfeuern, ich konnte es auch machen. Natürlich wird nichts gefeuert. Okay. Maximal die Crew. Oh, Michael. Keine Angst, Chef-Ingenieur. Ich glaube, sie bleiben ans Letzter noch nach mir. Oh. Ich weiß nicht, ob ich das... Es wird spannend. Was ist da los? Ich habe das Gefühl, hier sind noch mehr Anomalien. Stopp mal eben. Halten Sie mal bitte das Schiff an. Da ist ein unbekanntes Objekt in 7,6 Kilometer Reichweite. Können Sie das mal scannen, Lieutenant Valvasar? Ja. Das ist bestimmt die Intelligenz von dem komischen Feuertruller da. Die hat auch gut keiner gefunden. Lustig. Wir sehen es schon wieder auf dem Schirm. Das ist so verfluchtbar. Gefährlich. Käpt'n, schauen Sie mal. Ich habe Ihnen was geschickt bei WhatsApp. Ja, was? Wir müssen schauen. Nein, ich spüle meine ich. Auf Ihre Konsole. Ja, ich sehe es doch hier. Ja. Das muss zumindest das hier sein. Also dem Ding nicht nähern. Bitte mehr Abstand. Das Ding ist höchst gefährlich. Laut Scannen. Unseres Wissenschaftlers hier. Jo. Aufpassen. Dann fliege ich an Schlalom. Ja, ich glaube wir müssen durch diese Anomalien durch. Weil es hilft nicht. Wir tauchen überall auf. Ei, ei, ei. Da ist noch so ein Steinchen. Ja, das... Da ist eins und acht Kilometer weiter links. Weiter links, ja. Weiter links, ja. Das habe ich gesehen. Das sind zwölf Kilometer. Das ist gemütlich. Ich frage mich, würde... Kann man die zerstören? Ja, allerdings sollte man nicht zu einem anderen fliegen. What? Die Probiermeu. Was? Warte. 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 I sent it an 68% Sir. Okay. Nicht mehr voll, kann vielleicht... Die Probiermeu. Was? Woher? Nicht voll. Warte, kein Substsystem beschädigt. Ist das richtig? Ja, das ist korrekt. Das liegt an der Anomalien. Okay. Das liegt am Arno. Der Arno ist schon wieder schuld. Captain, könntest du mir mal die Außenperspektive vom Schiff hier auf den Monitor machen? So lässt sich das ein bisschen besser fahren. Kann ich das auch so packen, dass sie es aufs Ziel direkt ziehen? Das ist ja geil. Das ist zu nah. Das ist zu nah. Das ist zu nah. Ich habe nicht gefeuert. Ich war es nicht. 28. Können sie den Schilden mehr Energie zuweisen? Nein. Ich mache meine Energie aus Schilden. Laden sich die Schutzschilde zwischen dieser Mission wieder auf? Ja, es ladet sich so langsam auf. Wir haben gerade 29. Okay. In drei Jahren sind wir wieder auf 12 Puls. Ich kann sie auch vergrößern. Geh, schenken Sie mal Brühen bitte. Wo soll ich helfen lernen? Ziel ist das da. Ja. Weiter links auf jeden Fall. Die sind noch mal nie da vorne weg. Ich bin doch schon da. 4,2 Kilometer. Ich bin doch schon da. 3,2 Kilometer vor. Was soll ich denn machen? 3,2 Kilometer. Nicht eine fliegen, wenn es leicht geht. 3,2 Kilometer. Der ist noch zu krummst. Großen. Nur den Fall war. Das ist ja eine Scanreichweite der Signalquelle. Ja und? Scannen wir denn nur die Signalquelle scannen, nicht die Anomalien. Ich kann nichts mehr sehen. Okay. Analyse ist null. Die kommen nicht mehr nach Hause. Da ist ein Relief. Nein. Die Shuttle sind sicher. Der hat's gesagt. Ich flieg schon mal weiter. Der schalt schon wieder alles durch. Der Käpt'n. So was machst du denn? Du da jetzt. Tu doch mal scannen, du blöde Hähner. Ja warte mal. Du fliegst überall rein. Mir hat's die ganze Frisur zerwiegst. Das ist nicht nur eine Frisur. So was haben wir damals auf der Straße überfahren und haben's leer gelassen. Hier schießt ein kleiner Toppeto rein da. Na bitte nicht. Käpt'n? Also ich hab keine Ahnung wo's mal losgehen dann sollten. Missionsziel ist Signalquelle scannen. Ja, sah man da in der Nähe? Ja das ist glaube ich das kleine Ding vor direkt von uns was so lustig blinkt. Das ist 3,9 ne? Ja. Nein der Kilometer. Direkt voraus. Das ist so aus wie ein kleiner Satellit. Ja komisch. Klick, 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 klick. Da! Nee. Da warst du eben. Ein zurück. Ja. Ich kann hier leider nicht durchschalten. Ich muss irgendwelche kleine Mini-Punkte an. Ja. Das da? Nein. Was ist jetzt rechts davon? Das ist aber nicht das Relief oder? Das da, das da. 5,6. Direkt voraus. Das da? Nein. Links davon. Das? Ja ja genau. Ja. Ich hätte gern das da gescannt. Aber ich kann das nicht anklicken auf dem Bildschirm. Ich muss das bei mir herumfrimmeln. Ja, das wusste ich auch. Viel Spaß. Ist sehr klein. Käpt'n, soll ich die beiden Anomalien dahinter weg machen, dass wir das Ding richtig anklicken können? Ja, warte mal. Ja, also wenn sie... Ich flieg da rein. Okay, das sind unsere Schutzschilder. Gut, nein. Okay. 100%. Ist das irgendwie rot oder wie schaut denn das aus genau auf der Karte? Das blinkt auf der lokalen Karte. Sofern ihre Karte auf der lokalen Karte ist. Ja, aber das hilft mir nichts. Achtung, Achtung. Was ist denn? Ich glaube, dass wir den Flinkslashen über den Rechts. Hopf's erwischt. Schild bei 80%. Mach mal das Ausrufezeichen weg, du Hähner. Das musst du doch scannen. Ja, ich probiere alles. Ob alles geht nicht. Ich habe hier eine Warnung. Und zwar, lieber Chefingenieur, hier steht Scan-Reichweite verringert. Könnte es eventuell damit zu tun haben? Das ist die Quelle des Signals. Sie hat's geschaut. Ich habe eine Quelle gefunden. Die Deportekur. Alles das fribel. Faser-Energie wieder herstellen. Ja, gib mir endlich die Faser-Energie. Zertrauma. Also, liebe Crew, die offizielle Analyse unseres Wissenschaftsbericht. Der Anomalie lautet, verdunkelt sich. Oh. Na dann. Oh, das passt doch. Ich bin sowieso summiert. Das wird auch passen zu der Länge da. Wie lange wir jetzt schon unterwegs sind. Eieiei. Okay, Standort toter Planet geborstener Mond wäre unser nächstes Ziel. Ja, ich würde auch gerne mal wieder durchgeborstet werden. Geh... Da ist ja ein geborstener Mond. Ich weiß... Wenn ich das hier einklicke, wird das eigentlich auf Ihr Interface übertragen? Nein, leider nicht. Ich hab jetzt nicht aufgeborsten. Hey, das ist ein Ebel. Sie müssen's geborsten ab. Nein, nicht. Ich weiß auch, dann ist das Ihr grüner Feuil, wo Sie mir die Empfehlung hingeben tun. Aber wenn ich sollte, mag ich nicht, dann mag ich aber da nicht hier. Okay. Ich hab da nichts. Okay. Oh, ich muss mich noch ein bisschen herrichten. Ich kann gar nichts sehen. Das hilft bei Ihnen nicht. Das hilft bei Ihnen nicht. Perspektive. Wir müssen uns wieder durchschalten, Ihre Bildschirme. Halt, stopp. Das macht einem Spaß, dem Käpt'n. Ich bin ready. Aber ich mach die Augen zu, wenn ich losflüge. Sehen Sie das vor uns? Das so sehe, mach ich am besten auch meine Augen zu. Okay. Ich mach die Augen zu. Ich schau weg. Sie so, wenn es losgehen tut. Okay, liebe Crew. Ich sag dann mal los, bevor es zu spät ist. Oh, das tut gleich wieder weh. Ui. Wow, das ist super. Die Partikelanalyse zeigt lokale Hochfrequenzschwingungen um den Mond. Das beeinträchtigt die Genauigkeit der Sensoren. Käpt'n, ich würde gern irgendwie wieder mal eine Pause machen. Aber vermutlich ist er von geringer Qualität. Okay, wir sollen eine Sonde abfeuern. Okay. Beim Feuern kenne ich mich aus. Und zwar wahrscheinlich das Scanner-Position in 35 Kilometer Reichweite. Ich vermute, wir müssen näher ran. Näher ran, du Loser. Auf der Brücke bitte keine Schiefwürde. Entschuldigung. Echt Bitch, halt dein Maul. Dafür haben wir den Peitschenraum. Ui. Seit wann gibt's denn den? Frisch eingeführt, seit dem letztes Mal irgend so ein Depp ein Torpedo abgefeuert hat. Und das halbe Schäf in die Luft gejagt hat. Das muss ja Idiot sein. Käpt'n, ich muss eine Frage stellen, wie komme ich hier durch? Ich scanne mal wieder. Ähm, ich packe Ihnen mal eine Anzeige auf den Bildschirm. Oh je, jetzt geht er schon wieder, jetzt kommen schon wieder seine Pornos. Hilft Ihnen das vielleicht oben drüber? Ginge das? Wir werden alle sterben. Ich glaube, rechts ist eine kleine Lücke, oder? Ganz rechts ist ein Asteroid. Ich würd's fast eher nach schräg oben versuchen. Oder wir drehen einfach um. Ich kann nicht die Ohren zeigen, warum ich mich auch traust. Jetzt. Der orangene Kreis jetzt. Ich glaube, ich sollte meine Beine mal wieder enttarnen. Hui, hui, hui. Ich fliege jetzt aus dem Kleid raus. Oben und unten. Und hinten am Nacken. Ja, das hat die Schlimmsten. Hey, lese mal nach jetzt. Okay, gut. Das nehme ich. Hey, wir leben noch. Ich will übrigens festhalten, wir haben 100% Hülle und 100% Schutzschilde. Ja, aber die Mission ist ja noch nicht mehr zu heftig schon. Aber Captain, wir sind jetzt schon so lange unterwegs. Sollen wir nicht eine Pause machen? Ja, ich finde auch. Der sitzt voll entspannt da, der Captain. Schaut euch das an. Ich habe mir gerade die Drohnen-Ansicht angeschaut. Die Drohne, die uns den ganzen Tag live von der Brücke aus verfolgt. Mach das nochmal, Captain. Schaut euch das schon so lustig aus. Hier geht's schön. Da sitzt du. Halala. Na, gell. Ich versuche es nur von außen mit zu koordinieren, falls wir einen der Astroiden zu nahe kommen, den wir auf dem Bildschirm nicht mehr sehen. Weil links von uns ist nämlich einer. Ja. Und direkt vor uns gleich. Hui. Sehr nah vor uns, aber okay. Ich fliege jetzt nur nach dem Radonschirm, den ich unten habe. Das kommt mir vor. Das ist ja wie bei Galaxy Quest. Ja. Das müsste aber reichen für die Sonnen. Ja. Feuer die Sonne. Jo, what? Bei Feuern, jo, Feuer. Hui. Du sollst die Sonne da auf das Ding nach vorne schießen, man. Jo. Das ist außer Reichweite. Da, das da. Achso, dann noch ein bisschen geradeaus. Das ist ja 19 Kilometer weg. Wie soll ihn das schaffen? Ja, Sonde. Ja, das ist zu weit weg, du Trottl. Ich wollte schon mal schauen. Wie nach müssen wir denn ran? Ich weiß nicht. Das ist super. Hier steht nichts da. Du drauf. Oh, mei. Jetzt müsste es gehen. Achtung, rechts schaßen wir so ein Ding. Ding von rechts. Du sollst nicht scannen, du sollst die Sonne schicken. Ja, das hast du gesehen. Ups. Wieso kann ich denn das nicht? Wieso geht denn das nicht? Ich weiß. Du hast wahrscheinlich eine Sonde und die hast du vor Missionsbeginn weggeschossen. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht. Hahaha. Es geht, das ist mir vor allem nicht. Ein Bestand der Sonden, bitte. Vielleicht muss ich denn die Schilder untermachen? What? Oh Gott. Kann ich mal festhalten. Na. Komisch. Aber die Sonde hatten wir vorhin auch bei aktivierten Schilden. Hm. Das ist ja komisch. Bitte, die Schildschild wieder aktivieren. Nur, das war so nicht die. Hm. Feigling. Ich habe die Ausgabe-Algorithmen verändert. Könnten Sie nach... Da guck mal, die Kalibrierung ist aufgeschlossen. Na schon, vielleicht geht es hier jetzt. Na. Irgendwer trugt was. Ja. Geht nicht. Wer trugt denn hier? Ist kein Domoi. Jetzt? Jetzt? Na, das ist wieder was anderes, oder? Ich übertrage die Analyse auf Ihre Konsole, Captain. Ach. Oh. Cool. Ist die Sonde jetzt gestartet? Na, Captain. Ich habe nichts gesehen. Ich auch nicht. Und der Missionslogbuch sagt auch nicht. Komisch. Nein, wo stand die Sonde? Ja, ich weiß nicht wo. Ich weiß nicht wo. Du darfst ihn auch raus. Jetzt? Eben warst du da. Hä? Das, das, oder? Ja, auf die 11,8 Kilometer. Ja, das ist zum Scannen oder Abfeuern der Waffen ein Ziel wählen. Ja, wähl das Ziel und dann drück die Sonde, drück die Sonde loslassen. Ja, aber das geht nicht. Ich fick dich gleich. Ich muss ja nicht wo. Ich krieg die Krise, ne? Kann es sein, dass das Ziel trotz irgendwo gescannt sein muss, bevor die Sonde hingeht? Ich habe schon alles gescannt, wo es geht. Ah, das ist schon gescannt? Ja. Kann ich irgendwas abfeuern noch? Na, es gibt gar nichts. Können wir nicht deine hohne Birne da rüberschicken? Meine hohne Birne scannen. Das ist doch wie ein Torpedo. Versuch doch mal vielleicht ein Torpedo zu feuern. Ach so. Scharfschaltung der Torpedos. Oh, oh. Ich habe Angst. Sehen die Schussschild sich wieder oben, ja? Ja, ja, gebt. Sie Mädchen. Na, das ist so meine Erfahrung. Und jetzt Sonne schicken. Tut mir leid, aber ich konnte nirgendwo Sonne schicken. Ach, Sonne schicken. Können Sie denn feuern? Also kannst du feuern? Auf dieses mittlere Ding da, das orangische? Ich tipp die ganze Gegend mein Bildschirm. Das ist doch sehr was Ding von mir. Ne. Also ich habe hier drei Befehle und ich kann nirgendwo dagegen... Also drei Ziele. Und ich kann nichts machen mit denen. Ist das Asteroids? Nee, jetzt habe ich das Asteroids auf dem Weg oder so, ne? Ah, die Lithium-Kristall-Punkton innerhalb der Toleranz. So, okay. Kein gültiges Ziel. Ah. Da ist sie. Ah, das ist ein Torpedo. Oh. Dann sollten wir uns fest verhalten. Ah. Schill bei 90%. Hm. Kein Ziel gewählt. Und Phaser vielleicht? Kein gültiges Ziel. Achtung! Nee, Phaser, Phaser vielleicht. Na, das geht auch nicht. Das ist 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 nicht. Äh. Und beim Systemzugriff geht auch nichts? Wui! Mei, oh mei. Ähm. Es ist Joana, wie ich die Überlänge hier reinkriege in die Folgen. Ich flieg mit Warp nach Hause, das ist mir wurscht. Ja. Ich würde sagen, wir geben mal ab an die Nachfolger-Crew. An die Nachtschicht. An die Nachtschicht. An die Nachtschicht. Das ist, weil ich den anderen Ding jetzt angescannt hab. Reisevektor wird berechnet. Was hast du angescannt? Vielleicht war das das. Den anderen Nebel hab ich angescannt. Achso, das vielleicht. Vielleicht haben wir den falschen Nebel angescannt gehabt. Die Borsten... Oh, dieser Nebel... Dann bin ich ja gar nicht schuld. Wo ich hin impulsen muss. Dann hab ich ja alles richtig gemacht. Ja, genau.